Und ihr verkauft das Holz. So, die Wissensschriftrolle können wir kaufen. Wir kaufen einfach eine Feuerballschriftrolle. Mal sehen, ob wir die abgeben könnten. Ganz ehrlich, Natsurschwert. Wäre auch nicht schlecht. Haben wir sonst noch was Gutes? Äh, nö. So, die beiden Sagen gehen an euch. So, wie gesagt, mal sehen, ob wir mit der Feuerballschriftrolle schummeln können. Weil das Bärenlager da hat einfach keine Feuerballschriftrolle ausgespuckt. Nichts von hier. Nichts von dir. Nochmal bei Pyrionum gucken. Nein. Und nein. Ich werde nämlich auch nicht unnötig was zerstören und dann wieder mich in den Deadlock versetzen. So wie in der letzten Mission. Imperialer Außenposten macht uns ein Angebot. Ach, das ist ein großes Warrock-Lager. Hm. Die Tarnschwert, Nahrung und Feuerballschriftrolle nehmen Sie mir alles ab. So, die Stadt hat Stufe 5 erreicht. Wir sind die realen Mäste. Ihre Instruktion. Hm. Ich kann aber die Wissensschriftrolle nicht mehr kaufen. Einfach weil die zu weit unten sind. Hm. Oh, oh. Ich habe dich kontaktiert. Your wish is our command. Your order is clear. What would you like me to do? We are the true masters. I know this place. So, dann geben wir auch mal die Retort her. You've brought me the retort. I don't know how to thank you for recovering this precious vessel. Who stole it? Goblins did. But it was human mages who incited them to steal it. That's despicable. We won't sell them our fine artifacts. So they order somebody to steal them. Do you call for me? The Queen asks you to come to her residence immediately. It's urgent. Oh, und auch noch was Neues. The road through the woods has become dangerous. Even for elves. Will you take my servant to be at Lena, who lives in the next town? And please, bid her to finish her part of the experiment. So. Zyklopenauge von Wolfskrubel. Ihr habt nichts. Ihr habt auch nichts. Ihr habt auch nichts. Hm. Was will die Königin von mir? Mal gucken. Das reicht ja, glaube ich, wenn ich alleine hingehe. Nö. Doch. A magge arrived, claiming to be an Imperial observer. I want you to listen to what he's going to say. But stay out of sight. My deepest respect, your majesty. I've been sent to investigate a strange luminescence around a deserted tower in your land. We are alarmed by this activity. It leads us to believe you have a piece of the crystal hidden in the tower. And I'm afraid that's strictly against Imperial law. I'll give you an account of everything going on in my lands. I hope you realize the danger you may be in. If a piece of the crystal gets into evil hands, it could prove disastrous. How dare you tell me what to do? I'm not going to cooperate after all you've said today. I'm afraid your negative reaction may cause diplomatic complications. We already have grave diplomatic complications. My counselor, Lord Alamar, was murdered in your land, and my daughter barely escaped the same fate. We grieve with you, my lady. I was unaware of this terrible tragedy. The audience is over. Yeah, I'm actually going to break it. Did you hear what happened? Our scouts report that Alamar was killed, and that dark clouds are gathering over Dor'goth keep. The guild is greatly alarmed. The signs tell us dark times are coming. More than ever, I need the counsel of a wise man devoted to the elves and knowledgeable of the Empire. You saved my daughter and proved your devotion to my people. I name you my counselor. But... It is my final decision. My first order to you as counselor is to research the magic properties of the crystal piece. The elves have agreed to build the laboratory, but I'll need to get stone and wood myself. The elfes are just enough to build the laboratory, but I'll need to get stone and wood to buy. Yeah. Dafür haben wir ja Geld. Aber ich wollte gerade sagen, bloß gut, dass ich das Holz nicht verkauft habe. Was ich doch getan habe. Wo ist der kleine Mann? Dann eskortieren wir den erst einmal. Hm. Da ist eine Sägemühle, unterirdische Monsterhöhle, Labor. Keine neuen Aufträge. Ja gut, die verkaufen mehr Holz und Stein im Überfluss. Das heißt, ich kann es zurückkaufen. Das funktioniert besser, als ich. Deine Ordnung ist klar. Es sieht, wie die selten Tage sind vorbei. Es sieht, wie die selten Tage sind vorbei. So, dann begleite ich erst einmal den da rüber. Da gucken wir uns nochmal die Monsterhöhle und das Ding an. Hm. Und ja, während wir darüber marschieren, mal kurz einen Blick in die Wüste werfen. Das ist ein... Das ist ein Brigantenlager, da hinten ist ein Energieknoten. Hier ist eine Höhle. Hier ist eine Wolfshöhle, okay. Also hier in dem Totenland gibt es auch noch ein bisschen was zu entdecken. Da sollten wir alles tun. Ach ja, unten... Level Up. Jeder Magier fügt 50 Mana-Punkte. Das bringt uns nicht viel. Ich bin immer noch dafür, Zauber effektiver zu machen und die Wirkungsdauer zu erhöhen. So, was sagt das Zauberbuch? Was könnten wir hier noch gebrauchen? So, den verdammten Speer haben wir schon. Jetzt haben wir alles in dieser Reihe. Schwarzes Blut, ja. Den sollten wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Das? Yeah. Aber Aber ja, ob wir 675 Nahrung zusammenkriegen, finde ich fraglich. Das wollte ich nicht. Was ich erstmal wollte, ist, dass sie hier anverkeilen. Ist, dass der kleine Mann hier rein marschiert. So, damit haben wir das auch abgeschlossen. Gibt es jetzt vielleicht eine Nachfolgemission? Nein. Ach, ich bin ja schon in Elios. Pyrianon hat auch nichts Neues für mich und der Imperiale Außenposten auch nicht. Oh, Sir, ich habe dich kontaktiert. Oh, ich habe dich kontaktiert. So. Ja, ne? Das heißt, wir marschieren von hier aus zum Sägewerk hoch. Hier ist ein Stein hoch. Naja, und die Monsterhöhle hier oben. Aber hier haben wir schon alles abgegrast eigentlich. Was gibt es hier oben eigentlich noch? Auch nicht wirklich was. Aber Pyrianon macht uns ein Angebot. Stahlpanzer von Naturknoten. Mit dem sind wir aber nicht befeindet. Hm. This works better than I do, although he's already dead. Ach, da gibt's Holz. Looks like the calm days are over. Looks like the calm days are over. Yes. We'll do our best. Do you call for me? We'll do our best. Gut, die Wolfsgrube da ist auch schon im Eimer. Ich glaube, die haben sogar wir ausgehoben. Ich weiß es gerade gar nicht. So, das sind 150 Holz schon mal. Das spestab university. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.